Ja, was auf meinem Personalausweis steht, das kann ich nicht ändern. Weder die Augenfarbe noch das Geburtsdatum. Das steht fest. Aber es gibt eine andere Uhr, an der ich drehen kann, nämlich das biologische Alter. Und was das ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Meine Jahreszahl, die mein Alter charakterisiert, und das ist 66 Jahre, das ist und bleibt einfach so. Das nennen wir chronologisches Alter. Aber gerade wir aus der Gesundheitswissenschaft reden auch von einem anderen Alter. Und zwar ist das das biologische Alter. Und das meint das, was ist mit unserem Körper eigentlich los? Wie ist die metabolische Gesundheit, also die Stoffwechselgesundheit? Wie sind die Zellen letztendlich intakt? Welche Funktionstüchtigkeit haben? Und letztendlich, welche Leistungsfähigkeit besitzen sie? Und natürlich wissen wir, dass es Menschen gibt, die einfach anders altern. Gesünder leben möglicherweise hinten raus, mit höherer Lebensqualität. Und andere wiederum, auch in meinem Altersgruppen, weiß ich genau, die sind schon deutlich älter, als sie möglicherweise hier auf dem Pass eingedruckt haben. Woran liegt das? Es liegt natürlich an unserem Lebensstil. Aber beginnen wir erst einmal mit der einfachsten Ausrede, mit den Genen. Wir haben früher immer gedacht, die Gene bestimmen letztendlich so unser Leben, unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit. Denn mittlerweile wissen wir, das sind nur noch 10 Prozent, die letztendlich die Gene in ihrer Stabilität als Aussage über unsere Alterungsprozesse ausmacht. Es gibt eine neue Disziplin, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist die sogenannte Epigenetik. Weil wir nämlich, und jetzt kommt der Lebensstil wieder ins Spiel, durch unseren Lebensstil die Gene sogar beeinflussen können. Und selbst, wenn wir zum Beispiel auf einem Gen einen bestimmten Krankheitsfaktor liegen haben, heißt das noch lange nicht, dass er zum Tragen kommt, weil auch den schalten wir an oder aus über unseren Lebensstil. Und dabei bin ich bei den Punkten, die es letztendlich ausmachen. Fitnesszustand, also körperliche, geistige Leistungsfähigkeit. Ein ganz wichtiges Element dafür, wie ist unser biologisches Alter zu charakterisieren. Das Thema Ernährung, also was gebe ich dem Körper zur Verfügung, was Energie betrifft, was Baustoffe betrifft, was Vitalstoffe betrifft, Nährstoffe betrifft. Auch das beeinflusst natürlich unser biologisches Alter. Suchtmittelkonsum, also wie vergifte ich meinen Organismus, wie belaste ich ihn zum Beispiel, natürlich über das große Drogenthema wie Alkohol oder auch natürlich über Nikotin. Umweltfaktoren, ganz wichtige Größe, also in welcher Umwelt werde ich einfach, wachse ich auf. Es gibt natürlich sehr ungünstige Umweltkonstrukte, viel Staub, viel schlechte Luft, viel Lärm, wenig Licht. All das sind Faktoren, die natürlich auf die Alterungsgeschwindigkeit einzahlen. Und auch hier habe ich natürlich manchmal leider nur begrenzt Einflüsse, aber umso mehr ist natürlich der anschließende Lebensstil sehr wichtig. Das heißt also, wie verhalte ich mich? Und da ist insbesondere auch der Stress, also wie sind Belastungen, psychische Belastungen, körperliche Belastungen entscheidend dafür, wie ich eigentlich im Laufe des Lebens altere oder eben langsamer voranschreite. Natürlich stellt sich die Frage, wie komme ich überhaupt zur Information, wie mein biologisches Alter wirklich zu definieren ist. Natürlich reicht nicht unbedingt ein Blick in den Spiegel. Der hilft zwar schon mal ein wenig, aber er ist nur bedingt eine vollständige Aussage. Obgleich wir heute natürlich sehr ästhetisch geprägt sind, also wie sehen wir aus, ist das, was wir im biologischen Alter quasi definieren, eher im Körper. Es geht also um den Metabolismus, den Stoffwechsel und um die Zellgesundheit. Und da schauen wir uns natürlich einige Parameter an, Biomarke auch genannt, die sehr entscheidend dafür sind, wie letztendlich unser biologisches Alter zu definieren. Das Blutdruck gehört dazu, Zuckerstoffwechsel, welche Krankheiten tauchen möglicherweise auf, gibt es in irgendeiner Form schon begleitende Erkrankungen, die schon seit langem existieren, Fettstoffwechsel, all das sind Parameter, die erste Aussagen über die metabolische Gesundheit machen. Es gibt einen ganz wichtigen Parameter, und zwar ist das die Telomere-Diagnostik. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Telomere-Diagnostik ist also quasi, oder gibt uns Auskunft darüber, wie verbraucht sind die Zellen, wie viele Teilungsmöglichkeiten haben sie noch, und wie kann ich also darauf bauen, dass die Zelle, die ja regelmäßig, meistens aber allen Körperorganen ausgetauscht werden, wie viel habe ich noch an Reserven zur Verfügung, um mein biologisches Alter noch lange nach draußen zu ziehen, also in die Länge zu ziehen. Das Letzte ist natürlich auch die Qualität unserer Leistungsfähigkeit, unserer Fitness. Also, welche Leistungsfähigkeit haben die inneren Organe? Wie ist die Leistungsfähigkeit des Herzens, der Lunge, der Leber, der Niere, der inneren Organe, aber auch unserer Muskulatur? Und damit bin ich natürlich schon bei den Einflussmöglichkeiten. Denn, wie vorhin schon mal angedeutet, die Gene machen nur 10% aus, und wenn ich den Lebensstil also mehr in den Blickpunkt halnehme, dann sind fast 90% des biologischen Alters durch mich beeinflussbar. Und das ist doch eine schöne Botschaft. Ihr habt es also in der Hand, euer biologisches Alter immer weiter nach hinten zu schieben und sei es auch nicht vielleicht, das Leben zu verlängern, so doch geht es darum, eine höhere Lebensqualität in den Jahren, in denen ihr lebt, zu generieren. Was sind das für Faktoren? Es ist natürlich der Faktor Sport und Training. Das habt ihr euch sicher vorgestellt. Ja, denn die Leistungsfähigkeit der inneren Organe hängt ja davon ab, wie reizt ihr sie, wie stimuliert ihr sie, wie trainiert ihr sie. Und das gilt insbesondere für Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System, also Ausdauertraining und Aufbau von Muskelmasse und Muskelkraft. Zweites, wie sieht euer Ernährungsverhalten aus? Wie gebt ihr dem Körper die Baustoffe, damit er sich immer wieder erneuern, reparieren, restaurieren und renovieren kann? Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ja auch 66. Je älter ich werde, umso mehr muss renoviert werden. Aber das geht natürlich immer nur, indem ich ausreichend Nährstoffe und Vitalstoffe in bester Qualität, wirklich, ich sage bewusst, in bester Qualität dem Organismus zuführe. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gebe ich ihm Regenerationsmöglichkeiten? Also wie verbrauche ich die Schätze, die Ressourcen, die ich habe? Verbrauche ich sie oder baue ich sie immer mal wieder auf? Also die freien Zeiten, die Pausenzeiten, die Regenerationszeiten, die sind genauso wichtig für einen gesunden Lebensstil wie die Aktivitätszeiten. Aber insgesamt heißt es für mich, Lebensstil ist der Schlüssel zum Erfolg eines langen Lebens und vor allen Dingen eines hohen biologischen Alters. Versucht doch mal, euer Leben so zu verändern, dass ihr ein paar Jahre gewinnt. Dass ihr nach hinten heraus möglicherweise mehr Luft für eure Lebensqualität und für eure Freizeit bekommt. Das müsst ihr leider selber machen, das kann man nicht kaufen, das muss man selber tun. Und da gibt es einige Punkte und die sind so einfach. Bewegung, Ernährung, Regeneration, darauf lässt sich alles zusammenfassen. Also wenn wir einer Frau über die Ressourcen haben, müssen wir andere 사람innen und liebe